Welche Artikel gibt es im Deutschen? Artikel üben, Fälle üben, Deklination üben und Zungenbrecher üben. Es gibt noch ein Zungenbrecher, das ist aber umgangssprachlich. Das lernen wir nicht, aber es gibt sowas wie Ohrkatzlschworf, sagt man auf Deutsch. Der Zahnarzt zieht Zähne mit der Zahnarztzange im Zahnarztzimmer. Was ist das? Zähne... Kann noch jemand wiederholen? Der Zahnarzt zieht Zähne mit der Zahnarztzange im Zahnarztzimmer. Bravo! Aber ich sage etwas in Arabisch. Ja, sagst du in deiner Sprache? Was? Das kann ich nicht. Ja, sagst du in der Zahnarzt. Das kann ich nicht. Ja, sagst du in der Zahnarzt! Untertitelung des ZDF, 2020